Wie laut muss ich meinen Song für verschiedene Streaming-Dienste ausspielen? Minus 14 LOFS, minus 18 LOFS und was ist ein CD-Master oder Mastering für Spotify, Apple Music etc. pp. Ich meine, wer soll denn da noch durchblicken? Ja, ich auch nicht. Und deswegen habe ich auch einen Spezialisten gefragt. Einen waschechten Mastering-Ingenieur und der klärt uns heute auf im Advent-Kalender. Präsentiert von Monkey Banana. Storia Mastering. Noiseworks. Wunderschönen guten Tag hier zu deinem neuen Video im Recording-Blog Adventskalender. Heute geht es um das Thema Minus 14 LOFS. Was ist das eigentlich? Wofür brauchen wir das? Und alles weitere zu dem Thema erkläre ich dir heute in diesem Video. Minus 14 LOFS, woher kommt das eigentlich und was bedeutet das? Die Streaming-Plattformen, z.B. Spotify und YouTube, sagen eben, deine Musik darf nur minus 14 LOFS laut sein. Aber stimmt das eigentlich? Zu dieser Frage komme ich ganz am Ende des Videos. Weil eigentlich bedeutet das nur, dass die Musik auf minus 14 LOFS normalisiert wird. Was bedeutet denn normalisieren? Wenn deine Musik beispielsweise auf minus 12 LOFS gemastert ist, passiert nichts anderes, als dass imaginär ein Spotify-Mitarbeiter deinen Song an einem Lautstärkeregler um 2 dB absenkt. Es findet keine Klangbearbeitung statt, dementsprechend auch keine Klangverschlechterung. Wenn du deinen Track leiser masterst, also beispielsweise auf minus 16 LOFS, dann wird mit deinem Track gar nichts gemacht. Also niemand macht deinen Track lauter. Wenn du also nicht möchtest, dass dein Song definitiv immer leiser abgespielt wird als die anderen, dann solltest du diese Grenze von minus 14 LOFS nicht unterschreiten. Welche Werte haben denn die verschiedenen Streaming-Plattformen? Die meisten, fast alle, haben sich geeinigt, mehr oder weniger auf minus 14 LOFS, den angesprochenen Wert. Natürlich gibt es wie immer einen Ausreißer. Das ist Apple. Apple Music ist bei minus 16 LOFS integrated. Was bedeutet das jetzt für mich? Würde ich gezielt auf minus 14 LOFS mastern? Auf gar keinen Fall. Mastering ist nicht mal nach Zahlen. Mastering ist einzig dafür da, den perfekten Sound am Ende der Musikproduktion rauszuholen. Wir wollen Dichte und wir wollen natürlich auch eine gewisse Hörgewohnheit unserer Musikliebhaber bedienen. Das heißt, auch jedes Genre ist da ein kleines bisschen anders. Heavy Metal hat andere Anforderungen als klassische Musik. Das heißt auch, es gibt heutzutage definitiv keinen Unterschied mehr zwischen einem Streaming-Master und einem CD-Master. Einige Anbieter von Software wollen uns das immer suggerieren, dass wir verschiedene Master erstellen müssen. Aber Fakt ist, für einen Song gibt es immer nur ein Master, damit es überall gleich klingt. Wie machen es denn die Großen? Um das herauszufinden, gibt es einen ganz einfachen Kniff. Du gehst bei YouTube auf ein Video mit der rechten Maustaste und wählst dann in dem Menü Statistiken für Interessierte. Hier haben wir zwei Beispiele für euch und in der hervorgehobenen Spalte, dort steht Normalized und ein Prozentwert. Wenn dieser Wert auf 100 Prozent stehen würde, würde das heißen, dass Master, also die Musik, die hinter dem Video liegt, ist bei minus 14 LUFS. Umso niedriger der Prozentwert ist, umso lauter ist der Song, also umso mehr musste YouTube, beziehungsweise der Algorithmus von YouTube, diesen Song leiser drehen. Klingt er deswegen schlechter? Nein, auf keinen Fall. Er bedient genau die Hörgewohnheiten des entsprechenden Genres. Um zu checken, wie laut deine Musik ist, kannst du einfach das kostenlose Plugin, den Julian Loudness Meter, benutzen. Und wenn du wissen möchtest, was es mit diesem Wert True Peaks da unten auf sich hat, dann empfehle ich dir jetzt hier das nächste Video. Da sehen wir uns. Mach's gut. Ciao.